Und mit dieser fröhlichen, schönen Musik heißen wir euch ganz recht herzlich willkommen zurück, ihr lieben Leute, zu Puyo Puyo Tetris. Hm. Und wie ihr oben vielleicht seht, haben wir jetzt mal den Fusion-Modus genommen. Mhm. Das heißt, jetzt geht's drunter und drüber. Mhm. Dann ist das schon mal Bescheid. Und für die Leute, die dieses Spiel interessiert, weil wenn sie bis hierhin geguckt haben, interessiert sie vielleicht wirklich. Es ist halt, das ist der erste Part, den ihr jetzt davon guckt, von diesem Projekt. Stimmt. Es gibt auf jeden Fall dieses Spiel nicht nur für die Switch, das gibt sie, glaube ich, auf der Playstation 4 und auf Steam. Deswegen, falls euch das nur seht, könnt ihr da ja auch mal schauen, falls ihr keine Switch besitzt. Genau. Jetzt bin ich gespannt, wie das Laufen wird. Also. Oh ja. Und ich werde sie benutzen. Ach, verdammt, wo ich doch gar nicht. Ah, ich wollte... äh. Heina! Heina! Genau. Ihr seht schon, die sind auch komische... Jetzt ist das Stein. Nee, komische Puyos. Oh, jetzt hab ich mir diesen Wetzel genommen. Und man kann die Puyos damit halt so ein bisschen zerquetschen, aber die werden natürlich dann wieder da sein, also man... Ja, außer diese komischen Gabelsprüos, die halt von oben nachgeworfen werden. Hm. Und das Schöne ist, hier kann man auch schnell runterdrücken, die bei T-Truck mit dem Puyos. Ja, auch wenn ich das manchmal hier irgendwie, äh, so kaffe. Hm. Aus Runden. Dito. Man kann sehr leicht verziehen, dann halt auch. Ja, ich will aber eher meine Kombo aufbauen. Ja. Ich auch, der will auch noch eine Kombo aufbauen, also wirklich. Jetzt geht's aber auch runter. Ja, die haben immer diese Ansprüche, ne? Ja, das geht gar nicht. Also schäm dich, wenn's geht. Puh. Ja, ne, das geht nicht. Scheiße, ich hab's gefeuchtet. Es wird mir schöner kommen, wenn das wirklich, äh, so durchziehbar ist. Ich hab alles. Ich hab jetzt schon schreckliche Angst, weil du mich so töten wirst. Man muss doch selber zumindest irgendwo lang. Ach man, diese Prex-Tetris-Steine nerven mich gar nicht. Geht sterben. Boah, was Gönes schmerzt. Mal gucken, was jetzt passiert. Nichts Gutes möchte ich. Ach verdammt, es ist halb abgebrochen. Das reicht doch auch. Und, ich hab sowieso noch was vergessen. Ist mir das okay. Wie ist das denn? Ich hab den Grünen vergessen. Das weiß ich ja nicht, wie das passieren kann. Ich auch nicht. Mit dem Täter-Stand kann halt auch das weiße schneller loswerden. Wie ihr vielleicht schon bemerkt haben, könntet. Die weiße Scheiße. Und was ihr da auch auf das seht, was da so aufkommt, wenn man was wegmacht, man kann halt hier so Sachen aneinander kennen. Wenn man schnell genug spielt, und ich gerade nicht mache, dann kann man hingehen und dicke Kettenreaktionen machen. Weil man hat ein bisschen Zeit, die Sachen aneinander zu ketten. Das heißt, selbst wenn man jetzt gerade noch schnell Sachen aufeinander stapelt, kann man das so hinkriegen. Ähm, was einem das bringt, wenn man das auch noch so überkreuzt macht, sprich Rune und Tephes, dann wird das nochmal extrem fasch. Und das ist das, was ich nicht immer umbringt. Ja, im Normalfall. Momentan bin ich dafür aber gerade ein bisschen schlecht. Das macht überhaupt nichts. Du kannst dir das echt leisten. Weiß ich mir, wie das nur das leisten kann? Ist so. Vielleicht ist das ein bisschen wahr. Oh, ernsthaft. Nee. Mach's mich gleich mal so ein bisschen wahnsinnig. Nur ein bisschen. Ja, aber nicht nur positiv. Nee, nicht? Nee. Stell dir vor. Haha. Ich bin langsam mal an meinem Tätesstein, aber nicht. Weil das ist halt das Ding, was einem hier ganz schön... Kacke! Ich habe Scheiße gebaut. Ich habe Scheiße gebaut. Wie? Ach, hat sowas nicht? Jetzt habe ich ihn noch. Och. Und, ähm, weil dieser Tätesstein halt hier unaufhörlich, bestimmt auch hin und wieder mal kommt, ähm, freigt das Ganze. Dann muss man dann halt gucken, dass man nicht unbedingt immer nur seine Kombos da versucht zu basteln. Man muss auch hin und wieder aufrollen. Ich weiß, das mag man nicht zwingend, aber es muss hin und wieder sein. Ja, Ordnung ist wichtig. Auch hier. Ja, das war eine kleine Crossbomb. Ich mag aber keine Kombos. Nicht, wenn sie von dir kommen. Oh, Mann. Also, dass man es nicht weiß, dann kann ich das glaube ich auch nicht helfen. Ich will auch nicht. Ne, das sowieso nicht. Die jetzt nicht besser hätten. Oh, ja. Oh, ja. Scheiße, lustig. Das lege ich hier oben mal auf die ganze Scheiße da ein paar andere Steine drauf, die den passen, die drunter liegen. Ja, das war echt. Das war echt tatsächlich. Nicht nur so zum Spaß. Das ist, das ist, das ist, das hat für keinen Fall passiert. Das ist nämlich gleich was. Ich will aber nicht, das ist aber nicht passiert. Das ist die Kleine, zum Beispiel. Auch drüber. Dann sieht sie plötzlich zusammen und dann gibt es eine Kettenreize. Mach ich denn hier, ey. Da passen wir solche Sachen. Dann hört ihr gleich ein Schwein. Wollt auch nicht. Wollt auch nicht. Wollt auch zu leben. Wollt auch nicht. Wollt auch nicht. Ich schreie nicht. Diesen Triumph gebe ich dir nicht. Oh was? Schick mir noch mal was, damit ich sowas noch mal vorbereiten kann. Ich sehe schon gar nicht mehr, wo ich noch was bauen muss und wo nicht, ey. Du hast mir viel zu viel Scheiße geschickt, ey. Ich schaue auch von. Ja, mach ich ja. Ich versuch's. Ich versuch's doch. Oh. Ich hab zu viele Löcher. Tja. Was soll ich dazu sagen? Tja. Alter, nur Tja. Da muss, da fiel dir nichts mehr ein. Ja, was soll ein Mann zu sowas sagen? Ich halte mich zum Beispiel. Tut mir leid, Schatz. Oder sowas. Also, du willst sagen, dass ein Mann sich dafür entschuldigen muss? Das ist seine Freundin. Oh, wo bin ich hier nur gelangen? Ja, echt? Ja, er fragt sich auch schon was. Aber du hast dich alle schon mal gefragt. Was hier? Oh, das war nicht gut. Was du da gemacht hast. Weil du was geschickt hast. Weißt du, Lavin? Ja, das war ne ganze Menge. Aber ich hab's wirklich weg gefordert. Wie schlimm, also... Schatz. Du hast doch auch mal was schicken dürfen können. Entschuldigung. Ich hab's ja schon geschickt. Nein! 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 es ist ich auch genau und genau das habe ich zurückgeschickt aber das ist ein wein gebracht ich verliere den überblick bei diesem modus ist mein problem das ist einfach hinter zu viel ja von mir gerade richtig richtig viel geschickt ich hab dir dann das ganze nochmals zurückgeschickt das war das problem ja und polios bringen immer noch mehr als tetros steine aber ja ja weil die fette reaktion hat stärker sind die brauchen halt länger um sie aufzusetzen ja das ist es halt deswegen ich benutze immer noch meine alte technik öffnungen für diesen modus hier Na, ich hab aber wieder ganz eingestellt. Nicht so schön, nicht gut. Stoppt gar nichts. Vielleicht müssen wir mal wieder ein bisschen Zeug holen, ich hab ja gewählt. Ich stoppe jetzt einfach mal ein bisschen nach. Das musst du nicht. Das musst du wirklich überhaupt nicht tun. Dann hab ich Mekar und dann hoffen wir mal, dass ich dann ein bisschen Glück habe mit dieser Position. Nein, hast du nicht. Akzeptiert. Aber Mekar nachher nicht als Sachse. Mekar so viel ist ich. Vor allem, wenn ich hier einfach schneller spiele, dann ist es sowieso schon besser, weil dann kommt es dir nachher schon mehr an. Mekar nicht wahr. Mekar nicht wahr. Halt dich für ein Gerücht. Ja, das war nicht so gut. Ich kann nicht erwarten, dass es gleich ein Gerücht ist. Tja. So, kannst du gehen? Oh, passt schon. Alter, das ist hier gerade alles nicht schön. Was? Ich habe ihn falsch gesetzt. Ich habe ihn falsch gesetzt. Ich habe ihn falsch gesetzt. Ich habe mich verbaut. Das ist nicht gut. Du hast dich verbaut. Oh, ne. Ich habe ihn nicht mal gemerkt. Ich habe ihn nicht mal gemerkt. Ich erzähle hier nicht so was. Ach, ja. Kannst du nur noch mal fallen? Ich weiß es nicht. Einfach so. Sollte eigentlich die Petrusseite vom Stein werden. Du kannst hier einen Stein setzen. Juhu! Nein, 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 nein! Da rätest du doch nicht hin, du doberstein. Ach, hast du die auch verbaut? Ja, der ist kleben geblieben. Oh. Immer die Klebung ist ein Klebstoffe. Da bin ich im Kappel klein geblieben, ja. Das ist hier aber. mit viel glück werde ich dich fertig machen aber du bist ja gerade wenn ich ziemlich beschissen du bist es nicht du spielst du bist du nicht beschissen das ist ein treffel das ist ein treffel das ist ein treffel das ist ein treffel ich würde sagen das ist ein großer treffel das musst du nicht das ist ein noch größer ich weiß aber irgendwie ich weiß auch nicht du weißt es aber irgendwie weißt du es nicht manchmal ne also da fällt mir aus manchmal also man ich werde gemobbt ein bisschen viel aber wenigstens hast du Qi genommen und den zu verlieren macht mir nicht so viel aus wenn ich Qi mag ist ein kleiner vorteil auch wenn das nicht damit gemeint ist er wird ich frage mich sowieso wie man T heißen kann ich mal gewiss es ist der Name schon er heißt es einfach so weil ich gedacht habe ok wie meinen wir einen Charakter aus T frisst T ach soo ja das kann sein das stimmt also T kommt dem schon nah naja das ist das ist das ist wahr natürlich eh was ist denn so gescheit plätenfüllige Quartikel hier 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 ja doch ich also ich finde das also du willst du was machen schädig dich gleich ne 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 so war das nicht gemeint ich bin es nur für das du mal aber du hast das bist ja immer dieser Spruch ey aber du hast doch gesagt ja 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 ich hab's nicht so oh no oh no warte ich bin noch nicht ganz fertig oh boy OK wo willst du mich oh my gosh Ja komm ¡komm już! Ch懂 uns unterwegs! Soweit je das noch gar McGAUFT 구독 Ich werde so ein bisschen schneller werden. Nein, 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 nein! Musst du nicht! Musst du wirklich überhaupt nicht tun! You don't have to do this! Bist du sicher? Ganz, ganz sicher sogar! Oh, nicht mehr! Ich mir schon! Ich will dafür umso sicherer! Nein, don't, don't do this! Ach, verdammte! Ist doch falsch! Nein! Ich habe etwas falsch gemacht! Nein! Ach du willst! Ist dann mehr geworden! Alles war voll mit weißer Scheiße! Also ihr seht schon Leute, der Modus ist nicht so schön! Ich finde ihn nicht so schlecht! Du darfst es vorlesen! I'll never forget that, but I haven't had that much fun in a long time! Das klingt ein bisschen fies! Ich meine, das sagt Tee, das ist also für ihn nicht böse gemeint, aber es klingt ein bisschen fies! Wieso? Er hatte Spaß! Also... Ja, er hatte Spaß dabei mich fertig zu machen! Ja? Hilfe! Hilfe! Naja, okay! Ja Leute, das war der, 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 der beschissene Modus! Habt ihr auch mal gesehen? Die Modus haben alle so Namen! Versus! Party! Der beschissene Modus! Ja, den hab ich neu erfunden! Der beschissene Modus! Jetzt auch in ihrer Nähe! Den Edeka! Also das war der Fusionsmodus! Und das nächste Mal haben wir Swap! Swap! Swap, Swap! Ach, Scheiß drauf! Nein, mal nicht! Ja, ist auch besser, so hat's recht! Der ist eigentlich ganz, ganz cool! Und, äh, ja, seid gespannt drauf auf jeden Fall! Und, ähm, je nachdem was euch gut gefällt, könnt ihr euch, äh, bäh? Wider Sprachprobleme, wenn man's von mir kennt! Ähm, ich wollte sagen, dann könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr einen bestimmten Modus nochmal sehen wollt oder nicht! Ich mein, ich geh nicht davon aus, weil... Ja... Mal gucken! Also ich glaub, der, äh, Story-Modus wird später sehr viel interessanter für euch werden! Weil... Story! Aber naja... Da wird was mehr geboten! Ein bisschen zumindest! Naja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß! Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn dem so ist! Oder wenn ihr einfach nur Mitleid mit mir hattet, ist auch alles vollkommen okay! Ein Mitleidsdäumchen! Ja, ein Mitleidsdäumchen, das ist auch vollkommen okay! Hätt ich immer gern gesehen! Naja, obwohl immer weiß ich nicht, aber egal, ich rede schon wieder Bullshit! Bis zum nächsten Part! Auf jeden Fall, ihr Lieben, oder bis zu einem anderen Projekte! Macht's gut! Ciao! Tschüss!